so so mein Gott hat die Euro und hat sich um den weiteren auf für die Tür mit Schlau-Moment der mich hier gleich ein bisschen bedroht Prozent ja viel Spaß mehr Lassen aber da würde mich sehr sehr freuen aber sein Kanal vorbei ist verlinkt diesmal mit richtiger Aufnahme wir sind dann unterwegs mit Peter Algen aus Geld das Bankorten ich bin der Kontrolle Wollen wir mal knacken? wenigstun so was der Straub zählt aus keine Drohung wir brauchen Unterstützung wer kann helfen ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt da im rumlaufen ich will dann Tomaten darf ich mal eher pin haben ich guck ihn auch mal über die Schuhe durch Hallo mein Sportfreund hier alles noch gut da steht super ja wirklich ich bin mit der Farbe kann man ja nicht übersehen oder so Halt Moment Junge Mann ich bin mit der Farbe Frau ihr kennt auspuffet ist ein bisschen laut echt? wenn wir nicht ein Hörgeräte wird eingefaltet oder was? ich weiß nicht ob das normal ist bei denen aber ich weiß nicht ob das normal ist bei denen aber allo Hallo guttag wollen wir nicht rumkaufen? äh daher bleiben Sie ein bisschen stehen bleiben Stehen bleiben Stehen bleiben die Polizei stehen bleiben Sofort stehen bleiben! ja und wir haben Karneval das kann jeder sagen Polizei Sie werden seine Hilfe gebrauchen wirst du denn? äh Äh der Herr ist geflohen und jetzt soll ich hergehen ja ich bräuchte ich zur Absicherung vielleicht ich stehe hier wieder auf der Kreuzung Lott, sag ich mich dahin, hilf dir, mein Leben abfahren oder was? natürlich, bitteschön nicht, dass er mir blöd macht mit Abfahrt Herr Adams, Jakob kann ich mal kaputt, kann ich mal wieder gucken, kann ich machen ich werde nicht gesucht aha würde ich mal in einer Weise durchsuchen wenn sie ihn eher auf meine Punkte ob die eigentlich alle nur wehten nein, nein, nein bitte nochmal gerne, ich weiß nicht, was sie dabei hatten, das war zu schnell äh, ja, äh, okay jetzt weiß ich, wo das nehmen wir gut äh, illegale Waffen ist ich muss sie mitnehmen, sie führen ein Springmesser mit sich bitte gehen sie auf den Bürgersteig bitte, Officer danke ich muss mal bitte den Verkehr wieder freigeben, hier so klaut sich das oh, das ist ja der Verdächtige ja, hallo hast du was hier, hast du was, hast du was? äh, äh schön wär ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen kann ich auch hier was? verdammt verstanden, wir schicken ihnen sofort einen Wagen äh, kann ich, kann ich bei einer? jetzt schon wieder der rennt dann ab der andere Typ haut ab und scheiß aber beeil dich doch mit deinen scheiß Handschellen meine Fresse stand hier stehen, ich muss los nichts bitte muss los wo ist der andere Typ hin? wo ist er hin? ach, super jetzt zu dir zu kommen er ist zu spät scheiße der andere Typ ist abgehauen er ist ja Käse na gut ich kann leider nicht mehr beweisen wenn wir da ach, ruhig, durchsuch's nochmal vielleicht haben sie doch was mit das klingt zu schnell ja gut ja gut scheint es ja zu funktionieren, ne? nehm ich halt schnell wieder ab tue mal leid officer für verkehrskontrolle angefordert können sie das übernehmen? na gut ähm was ist denn hier? geben die auch was? ah ah, 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 ah stehen, bleiben sie stehen bleiben sie stehen Nein, bleiben wir stehen! Muss ich echt die Teele aus holen oder was? Scheiß! Scheiß ist anscheinend die richtige Stelle gefunden zu haben. Ja, der Park hier. Ist gut. Boah, jetzt rennt die weg. Ne, der Typ rennt weg. Ah, ich versuch's. Irgendwie. Stehen bleiben. Ja, wer sind sie? Aha. Herr Daniel Morris, okay. Hat große Augen, ja. Glaube ich ihn. Hätte ich auch. Äh... Lass mal bitte stehen, ja. Wird's ja nicht gesucht, aber... ... ... ... ... ... ... ... ... ja oh nein ich sehe den ich sehe den sind blöd oder was gleich da nehmen die küpen fest verkauf von drogen wird daher auch Säubungsmittel ich lege ihnen Handschellen an wegen verkauf von Drogen Kollege hat alles sehen die gesehen den Klapp alles sie sind ein lausiger Kopf schlauchst du ja gut ach wie fertig so jetzt reicht es dann noch mehr mit Klappmesser, Taschenrohr, Servietten was wollt ihr eigentlich mit Stöckenschuhen? ja lass doch heute weißes Pulver weißt du es schön war, tast ich sie jetzt noch ab so geht es nicht, mein Freund mich dir verleidigen, dass ich lausiger Kopf und ich bringe das auch noch dabei ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt ich bin erst wenn wir die Leute noch wenigstens nach vorne begleiten können ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzum- ja, sorry verstanden, wir schicken ihnen sofort ein Wagen das fand ich meine Absicht die Rönsicht ist kein mir, mein Freund wir können weitermachen ich wollte sie nicht bedrohen, tut mir leid ich wollte sie nicht bedrohen, tut mir leid so, noch einmal ohne Drogen ich wollte mal von ihnen von ihnen von ihnen ich wollte sie nicht bedrohen, tut mir leid mag ich die Aufräter suchen? nee officer für Verkehrskontrolle angefordert, können sie das übernehmen? da steht noch so ein Typ rum, ich weiß nicht, ob der hier Drogen verkauft lassen wir den mal ein bisschen beobachten in ein paar Minuten da hier und gelb? ja, und da drüben die Tante dann, weil, also in, das ist auch ein Typ, ist ja ein Typ, ich weiß es nicht aber der Typ da rechts und links verkauft, einer vorbeikommt so, der läuft jetzt da vorbei, mal gucken ne, der läuft an dem vorbei ich weiß es auch mal den Tante, geht auch rum, wenn die Läuft Läuft vater ja gut, vater, hätte ja sein können aber der Typ hier mit der roten Hose, der hat die Hände im Hintergrund ey, ja siehst du? bei mir die Hände im Hintergrund ah, ne, er ist halt der Gefangene, ist rum ok, ne, alles gut ne, wenn ich, hä, ich hab, wenn ich ja sagt der Typ, dann mach ich die Dame nicht ja, weiter, die Dame ist bei mir rot weiter geht's halt rum da vorne könnte was passieren, oder? laufen nebeneinander äh, äh äh da, 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 da jetzt gerade wird wird das übergeben der Herr im, ähm, blau, ja hier ist 4562 ich suche nach der verdächtigen person halt polizei herrschaft zeiten halt polizei ich muss jetzt noch rennen oder was einmal den ausweis bitte natürlich bitteschön wir haben ein kleines problem ich habe einen verdacht auf drogen der herr will sie mal bitte weg gehen da ja weißpulver weißpulver jetzt haben wir noch nicht sofort stehen bleiben meine fresse laufst du nicht immer mein ding scheuer dir absichern kann man hier in der uhr ja sie bleiben immer da stehen was ich muss sie festnehmen das ist richtig erabsichtung ja aber nehmen wir müssen wir müssen jetzt aber die ehren geben können ja stören einer maßnahme oder so bitte tun sie das nicht ich brauche verstärkung um eine verdächtige person festzunehmen verstanden wir schicken ihnen sofort äh wenn ich mich mit fotogrammeras sicher strafzell werden zu gucken warte moment ich muss noch ein Foto haben ja doch mit Waffe ne ne lasse ich gar nicht hier äh nicht viele Leute dafür so weiter geht's äh ist ja geil da hast du mit dabei ja du ne du musst gleichzeitig hingehen du musst hier beobachten also dann äh hier auf den Oberautosmodus dinge zu kriegen äh ich glaub rechts machst du oder was oder ne linker linker und dann siehst du's dann blieb dann die beiden beobachten und dann äh wird sie ist angezeigt wenn dann die Übergabe war ahja die Übergabe wird gezeigt die ist animiert und auf dem Moment muss halt warten und dann rennen die los ähm ähm ich bin aber gerade schon und er macht nix na 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 ok läuft weiter hat mir eigentlich nicht eine andere Aufgabe als Straubzetteln das stimmt dies war er aber toll wir hätten es gucken wir es wieder alles braucht hallo warum kehren wir bitte hier um warum steht ein Typ hier mitten auf der Fahrbahn äh gefesselt was wie da rüber ihn ja der Typ steht ja gefesselt auf aufklärung einer Situation erforderlich ist jemand einsatz bereit verstanden wir schicken ihnen sofort einen Wagen ok aber bleiben sie weiter auf der Straße stehen passt schon also gut wenn sie sich damit hallo sie haben es weggeschmissen wir bleiben also der Ausweis bitte da ist er ganz komische Handbewegung gemacht ja gut du hörst es ja wenn er lässt sich schmeißen er sich dass er animiert das stimmt wir bist doch ja nicht ja wo ihr ja wer Ich werde es bei einer mündlichen Verwarnung belassen. Okay. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Okay. Das hatte ich nicht ganz unrecht. Ich kann laufen. Was ist mit ihm hier her da hier drüben? Er hat auch keinen Bock. Warte zu gehen. Haben Sie ein Date oder was? Ein Drogendate. Ex-Person, wir haben Vorkumse. Okay. Finde nur noch Kraft für dich. Das war Kraft für dich. Einer steht hier auch sehr verdächtig. Ja, auf die mehr. Ja, auf die mehr Ruhe war im Kopf. Warum? Alle neue Spunkte hier. Ja. Das ist ja lustig. Weg. Und weg. Ah, Übergabe, Übergabe. Ich bin unterwegs. Das ist echt ein bisschen müde. Ja. Beide unterhalten sich. Ja, Übergabe ist aber ein anderes. Jetzt, jetzt, jetzt. Wunderbar. So, wen darf festnehmen von den beiden? Wer kann helfen? Die die Weckheit, die sie gegeben hat. Wer hat gegeben? Ja. Dann lassen wir ihn festnehmen. Hallo. Sofort stehen bleiben! Einmal den Ausweis, bitte. Ja, natürlich. Bitteschön. Halt, Polizei! Hier ist 4562. Darf ich den Ausweis geben? Ich suche nach der verdächtigen Person. Hier, bitte. Äh. Carter Adams. Adams, wir sind eine Dame und heißen Adams. Sind Sie sich ja sicher, dass wir das mir geben wollen? Ich gehe nicht Cannabis. Ja, da steht Fumio. Was? Herr Carter, er steht vor mir. Hä? Wie? Was passiert jetzt? Hä? Darf ich Ihren Ausweis sehen? Haben Sie den Ausweis Ihres Discolina gegeben oder was? Hier, bitte. Ist das blöd? Ist er wieder Drogen? Adams kann doch nur. Lass aber. Wieder Drogen gegeben. Wir sind nicht Adams. Die nächste Tante? Was ist Ihnen los? Halt, Polizei! Nimm die Augen fest. Reicht's. Es kommen alle hier durchs Ohren. Aber... Jetzt reicht's. Pfff. Pfff. Ich weiß nicht, wie ich Till nennen soll. Der die Quelle gewonnen. Ja, hallo! Pfff. 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 Der bleibt, mein Freund, jetzt reicht's. Achte, die Ernauung ab. Was? Ich muss die festnehmen. Sie führen eine Waffe. Sie führen eine Waffe. Sie haben die Ernauung ab. Kann jetzt, warum kann ich den das mal festmachen? Doch. So, mein Freund, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Sie sind festgenommen. Sie sind festgenommen. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. So. Sie haben festgenommen, wie die Waffe richtig. Pfff. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Wir sind gerade in einer anderen Angelegenheit beschäftigt. Bringen wir jetzt also auch noch mit. Blau und weißes Pulver. Ja gut, also. So. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ein Dancing Cream. Du, dancing. Verstanden. Wir schicken Ihnen sofort einen Wagen. Dann dürfen Sie auch einmal zum Kollegen in die Wagen. Halt. Kann man Ihnen helfen? Haben wir wieder was dabei gegeben, oder was? Ja. Die Tante, ich hab die gerade durchsucht. Wollt hier, äh, jetzt. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Einmal den Ausweis, bitte. Natürlich. Bitteschön. Hättest du gerade schonmal durchsucht, aber... Darf ich einen Ausweis sehen? Die Tante noch fünfmal, kein Problem. Hier, bitte. Alle Nathalie. Äh. Robinson, Ellie. Eddie, Rippsen. Was? Ähm. Aufklärung der Situation erforderlich. Ist jemand einsatzbereit? Hallo. Festnehmen wegen Drogenbesi... Was hin? Ich muss sie festnehmen wegen des Verkaufs von Betäubungsmitteln. Wenn's sein muss. Mensch, wir nehmen die ja alle hoch. Ich bin gerade in einer anderen Angelegenheit. Ich glaub, wir nehmen hier gerade irgendwie... Warum kriegst du da Minuspunkte? Was ist der für'n Scheiß? Die hat... Die hat grad was übergeben. Habt's auch... Nicht in den Knast! Oh Gott. Wir müssen nicht in den Knast. Kein Problem. Betäubungsmittel, Brille, Taschenmesser... Kein Problem. Ich weiß auch nicht, warum ich sie festnehmen soll. Weil eigentlich hat sie nichts mit mir, aber... Ich nehme ihnen die Handschellen an. Nein! Nein! Aus! Ende! Ich muss sie festnehmen wegen des Verkaufs von Betäubungsmitteln. Nein, der hat verkauft. Sie hat verkauft. Hä? Das war auch nicht in den Handelskumpen. Die hat... Die hat dir... Die hat dir... Die... Die hat dir... Die... 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 2 3 1 Mann bis jetzt Läuft Lass es später nochmal angucken, aber wie gemütlich die eine hat es übergeben, da damit die du festgenommen hast Egal ob sie beide im Knast sitzt, eine besitzt andere verkauft Lass es schon Kaut es mal jemand oder kommen wir weiter Wurde sie einfach stehen lassen, verkaufen können sie ja nicht mehr Ok, kommen wir weiter Minus 10 Punkte wollen wir jetzt schon wieder Was? Ich hab plus 13 Punkte bekommen Und wir wollen das anlegen, hä? Die hatte weißes Pulver mit, wie irgendwo zurecht festgenommen Hä? Müsst nicht verärfen Er hatte weißes Pulver mit, aber das fand die erlaubt zu lang in diesem Staat Ich glaub der Mann hat Drogen verkauft, der ja im Orangen mit Orangen Zins kommt bei mir Ja Und Lied immer, ja Ja Hallo Darf ich hier einen Ausweis sehen? Darf ich hier einen Ausweis sehen? Ich hätte gern bei den Ohren packen Ich hätte gern bei den Ohren packen Ich hätte gern bei den Ohren packen Dumps und Gämms 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 Ausweis schein gefälscht, weil es nicht in der Datenbank war Ok Mein Kollege hat einen Verdacht Jetzt hätte ich fragen, was steht auf dem äh Recht in den Knast! Stopp! Polizei! Junge, da können wir mal bitte weggehen da Das ist ähm So Töubungsmittel Der Mittel oder was? Äh, ja, der hatte Besitzung, mehrere, mehrere, mehrere Dingungen vom Besitz gehabt Der Rote, ne? Ich muss sie festnehmen wegen Drogenbesitzes Wenn das jetzt verkehrt ist, bräß ich den Besen Bitte nein! Bitte doch! Oh, der Mann hat Drogen verbraucht Hallo runter Ich möchte sie einmal nach dem Aufwärtsragen Normale Kontrolle, kein Problem Wir sollten uns dem Talk merken Ja Eins, zwei, drei Tüten dabei Wofür brauchen sie denn das alles? Eigenbüter Oh, Ausweis abgelaufen Ich brauche gleich wieder, um eine verdächtige Person festzunehmen Ja, sehen Sie, ich habe gebrochen, die Ausweis ist abgelaufen Verstanden, wir schicken Ihnen sofort einen Wagen Äh, Ausweis Und außerdem, wurden sie verdächtigt oder gesehen dabei, wie sie Rohverkauft haben sollen Ja, das wird noch viel lustiger jetzt, wenn ich sie nicht abklasse und sie gleich abhauen Etwas Plastik Lamp-Handschuhe, Ballflügel Aufklärung einer Situation erforderlich Ist jemand einsatzbereit? Nicht Äh... Ist das so komisch? Doch, nö Ne, tu nicht Bleiben Sie doch stehen Ach, Klo kaputt, da wird die Gänse ja abhauen Aufstehen Wenn ich so an, sind festgenommen Trängel Ich will ja nichts sagen, auch so langsam bumm Ja Drei Minuten Richtung Wachen würde, gleich zurück Wir sehen Hallo Hallo Boah Ähm Erster Plastik, Ball, Schlüssel, viermal weißes Pulver, läuft Officer für Verkehrskontrolle angefordert Können Sie das übernehmen? Äh... Betreuungsmittel Verkauf Ne, Besitze vor allem nicht Toll, keine Ahnung, was Betreuungsmittel ist Ich muss Sie festnehmen, wegen Drogenbesitzes Also Verdacht auf Drogen Ich weiß auch nicht, was Sie da für Pulver mitnehmen Sie brauchen zu lange Wir senden eine andere Einheit Da wird sie dann heißen Und? Hallo? Bitte, nein! Bitte doch Ich brauche Verstärkung, um meine verdächtige Person festzunehmen Ok Verstanden, wir schicken Ihnen sofort ein Wachen Ja, zu, eben mit den fünf Leuten da drin im Park Ich dachte, war zu viel Für mein Punkte-Konto Oh Wollen jetzt eine Wache Du willst ja nicht Punkte haben, ich nehme noch? Äh... Ja Ja Ja, ähm Ich wollte bitte langsam machen Wenn wir mal zur Wache gehen, ich weiß nicht, wo die Wache ist Werden wir noch nicht sehen, aber Obwohl M Gibt es ja keine Karte? Gibt es ja auch eine Karte hier Ne, sind Sie noch nicht eingeteilt drauf? Das wird natürlich doch gelaufen Kann ich den Punkten irgendwo wegmachen, den ich markiert habe? Keine Ahnung Ich glaube, hier vorhin durch den Park müssen irgendwo eine Seite, glaube ich, ist Auch passen Tausend Punkte, die möchte ich das gerne sichern, das wäre ja ganz gut Ja, kann man machen, alles gut Ich werde auch keinen Menschen ansprechen Ja, das ist mein Karte, der ist Drogen verkauft Ja, was soll ich hier links rum dann, äh Bin ich eine Wache gewesen? Geflieht Ähm Geil Wie lange laufen ist? Hä? Ja, das ist ein Parkausgelieb Ach du, da bist du? Gut Ich bin anders rumgelaufen Ich meine, ich müsste eine Wache Ja, passt schon vielleicht doch Wache Wir brauchen Unterstützung, wer kann helfen? Wir brauchen Unterstützung, 40 Meter oder so Ach nee, das... ja Aber der Meter da in die Richtung Als die Schicht ist um, dann kannst du zur Wache zurück Okay Nachnehmen, beschweren Sie sich, wir doch mal alle, äh, Überstunden machen Hier ist 4561, ich übernehme den Unfall Ja, kein Problem Ich darf nicht, ich darf keine Überstunden machen, sonst gibt's Dergo Ja, aber ich hab keine Punkte mehr, ich komm mir doch nicht mehr live Guck, da vorne ist ja der Hollands, wenn ich den 80 Meter oder so Poliis Poliis steht schonmal dran, da ist schonmal gut So, gefunden, ja Was ist denn rein hier? 1.000 Punkte, auf die beste Schicht bist er gewesen. Ganz so nett denn. Drogenring wird hochgenommen. Bitte. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich an der Stelle. Recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Der Drogenring, den wir hochgenommen haben. Tschüss.